So, moin zusammen. Zu Hamburg gehören jede Menge Boote. Bam, so is it. Und ab dem 4.9. gibt es in Hamburg auch Schuhplus-Schuhe in Übergrößen. Ganz genau. Große Damenschuhe von 42 bis 46 sowie große Herrenschuhe von 46 bis zur 54 finden Sie dann in der Hamburger Meile im Shoppingcenter in Bahnhof Süden. 250 Quadratmeter geballte Übergrößen-Power. Wir freuen uns auf euren und ihren Schuh. Untertitelung des ZDF, 2020